Musik Heute stellen wir Ihnen die aktuelle, die zweite Ausgabe 2017 der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin vor. Dieses Heft beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den neuen oralen Antikorrelantien. Zunächst aus der Serie Update Intensivmedizin von dem Kongress in Köln, der Beitrag von Professor Drummel bezüglich Ernährungsthemen. Hier werden verschiedene wichtige Arbeiten des letzten Jahres von dem Kollegen Drummel kommentiert. Sehr lesenswert. In das Thema führen Professor Burck und Professor Hoffmeister ein. Neue orale Antikorrelantien, was muss man wissen muss, fragen und antworten. Der erste Beitrag von GULBA beschäftigt sich mit den nicht Vitamin K abhängigen oralen Antikorrelantien. Was ist hierbei in der Intensivmedizin zu beachten? Die Schlussfolgerung dieses Beitrags. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung der NOAC zur Prävention traumömbolischer Erkrankungen muss auch in der Intensiv- und Notfallmedizin mit NOAC vorbehandelten Patienten gerechnet werden. Die Notfallgerinnungswerte können bei diesen Patienten nicht zum Monitoring herangezogen werden. Aufgrund der kurzen Halbwertszeit der NOAC ist es häufig ausreichend, 24 Stunden bis 48 Stunden abzuwarten, bis die Antikorrelantienwirkung der NOAC abgeklungen ist. Bei sofort notwendigen Eingriffen steht Idarruzizumab zur sofortigen Antagonisierung von Dabigatran zur Verfügung. Zur Antagonisierung der Faktor 10a-Antagonisten werden die Faktorenkonzentrate PPS-B und Fiber Factor 8 Inhibitor Bypassing Activity empfohlen. Bei der Kardioversion neu aufgetretenen Vorumflimmerns und bei Patienten mit akuter Lungenembolie kann der primäre Einsatz von NOAC auch in der Intensivmedizin erwogen werden. Zotz beschäftigt sich im zweiten Beitrag mit dem Monitoring der neuen oralen Antikorrelantien. Ein Monitoring ist bei Einnahme von NOAC in der Regel nicht notwendig. Im Einzelfall können jedoch durchaus relevante Gründe hierfür gegeben sein. Zur exakten quantitativen Konzentrationsbestimmung von Dabigatran im Spitzen- und Talspiegel kann die verdünnte Thrombinzeit, zum Beispiel mit dem Hämoclod, gemessen werden. Zur orientierenden, semi-quantitativen Einschätzung einer Dabigatranwirkung im Spitzenspiegel kann die APTT zur Einschätzung des Talspiegels die Thrombinzeit und APTT verwendet werden. Bei einer Verdopplung der APTT im Talspiegel nach 12 Stunden ist eine Überdosierung anzunehmen. Bei normwertiger Thrombinzeit liegt keine Dabigatranwirkung vor. Zur exakten quantitativen Konzentrationsbestimmung von Rivaroxaban im Spitzen- und Talspiegel können Verfahren mit Bestimmung der kalibrierten Antifaktor-10a-Wirkung verwendet werden. Bei einer fehlenden Anti-10a-Wirkung im Plasma liegt keine Rivaroxaban-Wirkung vor. Zur orientierenden, semi-quantitativen Einschätzung einer Rivaroxaban-Wirkung kann der Quickwert im Spitzenspiegel verwendet werden. Der dritte Beitrag beschäftigt sich mit Real-Life-Daten und Therapie von Blutungen mit Antidots von Prof. Darius geschrieben. Die Ergebnisse der NOAC-Zulassungsstudien wurden durch die Versorgungsdaten bestätigt. Die Versorgungsdaten beweisen keine Überlegenheit eines NOAC gegenüber den anderen. Die Verschreibung eines NOAC sollte sich an den individuellen demografischen Patientencharakteristika orientieren. Im Falle von Blutungen steht für Dabigatan das Idarozizumab als effektives und rasch wirksames Antidot zur Verfügung. Mit Idarozizumab können Blutungen rascher beendet und notfallmäßige Eingriffe Operationen bei mit Dabigatan antikorrelierten Patienten sicherer durchgeführt werden. Das Faktor CNA-Antidot-Addexanet-Alpha wird wahrscheinlich erst 2018 für den klinischen Einsatz zur Verfügung stehen. Wie steuern wir die NOAC-Gabe bei invasiven oder operativen Interventionen? Im Beitrag von Pursa Burke und Prof. Hoffmeister wird dargestellt, wann bzw. wie pausieren und wann wieder starten. Der Einsatz der NOAC zur Schlaganfallprophylaxe bei Vorflimmern und zur Behandlung von venösen Thromboembolien, aber auch zur Prophylaxe nach Gelenkersatz erfolgt immer häufiger. Die Daten zum Vorgehen und zur Sicherheit beim periprozeduralen, perioperativen Umgang mit NOAC sind aber begrenzt und nicht so umfangreich wie beim Umgang mit Vitamin-K-Antagonisten. Empfehlungen zum Umgang mit den NOAC werden daher fortlaufend überprüft. Die vorhersehbare Pharmakokinetik, die schnelle renale Eliminierung und der rasche Wirkenseinstritt der NOAC bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber Vitamin-K-Antagonisten. Auch das neue bzw. die Entwicklung befindlichen Antidots machen bzw. werden den Einsatz der NOAC sicherer machen. Für einen großen Teil der Prozedurenoperationen kann die NOAC-Einnahme kurzfristig pausiert werden. Bei wenigen Patienten mit hohem thromboembolischem Risiko muss individuell und entsprechend der Länge der Pause entschieden werden, ob ein Bridging mit nidabolikalen Heparin oder unfraktionierten Heparin doch notwendig ist. Prof. Standl beschreibt den Einsatz der NOAC bei rückenmarknahe Anästhesie. Rückenmarknahe Regionalanästhesie, vor allem die torkale Epiduralanästhesie, können das postoperative Outcome verbessern. Insbesondere kardiovaskuläre Risikopatienten profitieren von rückenmarknahen Verfahren durch Senkung der postoperativen Mortalität und Morbidität. Aufgrund häufiger Einnahme von NOAC haben diese Patienten aber ein erhöhtes Risiko für neuroaxiale Blutungskomplikationen. Daher muss bei Patienten mit NOAC die Möglichkeit der Durchführung einer rückenmarknahen Regionalanästhesie innerhalb einer interdisziplinär mit Kardiologen und Chirurgen abgestimmten Behandlungsstrategie abgeklärt werden. Grundlage für die Durchführung einer rückenmarknahen Regionalanästhesie bei Patienten mit NOAC ist die S1-Leitlinie der DGAI, wobei spezielle Gerinnungstests, Antifaktor-CNA-Aktivität oder Thrombinzeit die Sicherheit erhöhen können. Polzin und Mitarbeiter nehmen Stellung zu Eingriffen unter NOAC. Zur Planung des periprozeduralen Managements müssen patientspezifische Charakteristiken inklusive Begleitmedikationen und Nierenfunktionen erhoben werden. Gemäß den Leitlinien werden Eingriffe hinsichtlich ihres Blutungsrisikos eingeteilt. Anhand dieser Einteilung in Zusammenschau mit den patientspezifischen Charakteristiken ergibt sich die Empfehlung zum optimalen periprozeduralen Management. Hinsichtlich intensivmedizinischer Eingriffe spielt die Abwägung zwischen Dringlichkeiten und Blutungsrisiko der Prozedur eine große Rolle. Falls kein Aufschub möglich ist, sollten prozedurspezifische Risiken möglichst minimiert werden. Wie gehen wir nun perioperativ im Management mit Patienten unter NOACs vor? Der Beitrag von Cairn und Engels nimmt hierzu Position. Die NOAC-Gabe sollte vor einer elektrieren Operation mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden ohne nachfolgendes Bridging beendet werden. Bei der Bestimmung der Pausenzeit sollten die Nieren- und Leberfunktionen beachtet werden. Bei Notfalloperationen soll ein geeignetes Antidots, Ilaruzizumab, Ciparantac, gegeben werden, sowie gegebenenfalls die Applikation von Dringungsfaktoren erfolgen. Ein sorgfältiges blutungsarmes Operieren, möglichst in den vorgegebenen Schichten, ist zur Vermeidung von Blutungen notwendig. In einer Originalarbeit von Christ, von Auenmüller, Amerie, Sasko Brandt und Trappe von der Ruhnen Universität Bochum wird berichtet über folgende Fragestellungen. Sind Notärzte bei der Wahl der Zielklinik durch nichtmedizinische Aspekte beeinflusst? Beeinflusst Beobachtungen an 280 Patienten nach außerklinischem Herzstillstand in Zeiten der Krankenhauskooperationen. Die Schlussfolgerung wie folgt. Solange unklar ist, nach welchen medizinischen und nichtmedizinischen Kriterien die Notärzte die Zielklinik für die Patienten nach außerklinischem Herzstillstand auswählen, sollten die auf die Behandlung von Patienten nach außerklinischem Herzstillstand spezialisierten Zentren unter den Notärzten ihrer Region darüber informieren, dass die Behandlung von Patienten nach außerklinischer Reanimation in einem dafür spezialisierten Zentrum mit besseren Überlebensraten für die betroffenen Patienten einhergeht. Petas, Kahn und Buschmann nehmen Stellung zu medizinrechtlichen Aspekten bei der notärztlichen Versorgung. Hier wird die Häufigkeit von Patientverfügung und den Einfluss auf notärztliche Entscheidungsprozesse analysiert. Die Zusammenfassung. Patientverfügung sind das wirksamste Instrument zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten, jedoch in vielen Fällen für die präklinische Notfallmedizin insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Einleitung von lebenserhaltenden Reanimationsmaßnahmen ungeeignet. Daher kommt in verschiedene Modellen der hausärztlichen Anordnung für den Notfall, den Notfallbögen bzw. der sogenannten Notfallverfügung auch in der Zukunft eine weitaus größere Bedeutung zu. Insoweit stellen die hausärztlichen Anordnungen für den Notfall bzw. andere einseitige, möglichst ärztlich validierte Dokumente, Notfallbögen bzw. Notfallverfügung oder der sogenannte Palliativnotfallbogen eine geeignete Ergänzung des Instrumentariums der Patientenverfügung insbesondere für den Notarztdienst dar. Ein Fallbericht beschreibt die Euglämische Diabetische Ketoacidose unter SGLT2-Inhibitoren unter dem Titel »Wenn der Patient sauer, aber nicht süß ist«. Die Schlussfolgerung der Autoren mit dem Erstautor Wallek Die Euglämische Ketoacidose ist eine schwere, gelegentlich sogar lebensbedrohliche, jedoch seltene Nebenwirkung der SGLT2-Inhibitoren. Folgende Faktoren können schwere Ketoacidosen unter SGLT2-Inhibition begünstigen. Erstens der Einsatz von Diabetes mellitus Typ 1 Off-Label-Use, zweitens hypokalorische und oder kohlenhydratarme Kost, drittens Hypovolemie, viertens Reduktion der Insulindosis, fünftens Thiazide und Schleifendiuretika, antihypertensiver, sechstens körperliche Stresssituation, Operation, Infektion, Traumata, siebtens Alkohol. Bei allen Patienten unter Therapie mit SGLT2-Inhibitoren, die sich mit Zeichen einer metabolischen Acidose, Kurzatmigkeit, Nausea, Erbrechen, Schwäche, Schwindel, Bauchschmerzen etc. vorstellen, sind umgehend die Ketone im Urin und oder Serum zu bestimmen. Bei positiven Befund sind die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, namentlich Insulin- und Volumengabe, dies auch, wenn die Blutglukose-Werte im Normbereich liegen. Ein weiterer Fallbericht, nämlich Bild und Fall vom Erstautor Czernus, beschreibt ein hypoxisches Atemversagen bei chronischer Lungenerkrankung. Ihre Schlussfolgerung. Die Alveolarproteinose ist eine seltene chronische Lungenerkrankung mit zumeist unklarer Äthiologie, bei der es zu einer pathologischen Akkumulation von Suffekten im Alveolarraum kommt. Bei schwerer Dyspne und Hypoxämie ist entweder eine therapeutische Lavage oder eine inhalative Therapie mit GMCCF indiziert, die in den meisten Fällen zu einem guten Therapieansprechen führt. CT-Morphologisch ist das Crazy Paving Muster für die Alveolarproteinose charakteristisch, aber nicht spezifisch. Differenzialdiagnostisch sollten Erkrankungen in Betracht gezogen werden, die mit einem interstitiellen Infiltrat oder einem ähnlichen Muster einhergehen. Bei Verdacht auf interstitielle Lungenerkrankungen sollte die Thoraxität dünnschichtig, das heißt maximale Schichtdicke 1 bis 1,5 mm, unmöglichst ohne IV-Kontrastmittelgabe, um die Vortäuschung einer milchglasartigen Dichtanhebung durch die Anflutung des Kontrastmittels im Lungenparenchymen zu vermeiden, erfolgen. Nydal und Mitarbeiter beschreiben Algorithmen zur Frühmobilisierung auf Intensivstationen. Ein Beitrag aus der Pflege. Die Frühmobilisierung innerhalb von 72 Stunden Aufnahme bzw. Stabilisierung auf die Intensivstationen ist sicher, verbessert das funktionelle Outcome und reduziert die Beatmungs- und Verweildauer im Krankenhaus. Prinzipiell können alle Intensivpatienten stufenweise und anhand von Sicherheitskriterien mobilisiert werden. Die Etablierung eines Ampelsystems zur Frühmobilisierung wird empfohlen, um einen sicheren Beginn der Frühmobilisierungsmaßnahmen im Rahmen von spezifischen Settings zu gewährleisten. Hierzu sollen zur frühzeitigen Erkennung von Risiken und Sicherheitskriterien z.B. Grenzwerte in der Hermodynamik und Ventilation definiert werden. Mithilfe der Borg-Skala kann zudem die subjektiv erlebte Anstrengung ermittelt werden. Bisher gibt es keinen allgemein gültigen Algorithmus zur Frühmobilisierung für alle Populationen und Bedingungen. In der Praxis bewährt sich jeweils die Entwicklung eines eigenen, situationsangepassten Algorithmus durch das interprofessionelle Intensivteam. Auch diese Ausgabe bietet wieder eine CME-zertifizierte Fortbildung, dieses Mal von Aisold und Heller Risikomanagement in Anästhesie und Intensivmedizin. Last but not least finden Sie die Mitleidungsseite der DGIN, ÖGI, AIN. Die Deutsche Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin publiziert hier den gemeinsamen Aufruf aller internistischen Fachgesellschaften des Berufsverbandes Deutscher Internistung zur Stärkung der internistischen Intensiv- und Notfallmedizin in deutschen Krankenhäusern. Die ÖGI AIN weist auf den Intensivkongress in Innsbruck vom 7. bis 10. Juni 2017 hin. Hier geht es um die personalisierte Intensivmedizin im Zeitalter der Standardisierung. Vielleicht haben wir Interesse geweckt und Sie können weiterführende Informationen und ausführliche Informationen im aktuellen Heft der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin bekommen. Aufruf Vielen Dank.